Immer derselbe Albtraum. Tja, was machen wir dann wohl? Rache. Also wäre meine Idee jetzt, dachte ich. Äh. Ja, dann gehen wir mal hier raus. Es ist unser neues Ziel, das zu erreichen. Oh, es ist schön hell draußen. Hm, spätrussisches Roulette, aha. Interessant. Kampfsportler, joa. Ähm, legen sie Profile von Passanten an. Zerden zu entdecken. Äh. Tümse. Profile aktivieren. Profile öffnen. Aha. Kameras. Okay, mal gucken, was ich hier finde. Hacken. Wie böse die alle sind. Okay, alles klar. Versucht nur einen Weltrekord, wo drin denn? Chili essen? Pff. Was bist du denn? Habe ich etwas explodieren lassen? Wollte ich aber echt nicht. Wann gibt es denn hier sonst noch Interessantes? Hey, du da unten. Na, okay, ich gehe mal raus. Ähm, und laufe mal ein bisschen was. Huch. Damit kommt sie nicht durch. Spiel nicht verrückt, beruhig dich. Scheiße, ich gehe jetzt zu ihr rüber. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun. Nur den Anruf, Trace. Und ich habe ihn. Wo ist mein... Wo ist mein Auto hin? Äh. Egal, dann nehme ich hier um das Auto. Ich... Chuck. Sieht auch ganz cool aus. Und... Von hier aus können wir dann... Rüber. Jeep. Nach vier fahren. Jo... Okay, er ist hier im Tor. Ich muss vorsichtig sein, unentdeck bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt. So, also Y, Y. Okay. Hey, ich dachte, ich bin ja unerkannt. Okay. Der Typ muss in der Nähe sein. Was muss die Frau sein, die der Typ verfrügt? Er ist in der Nähe. Ich kann es sperren. Okay, nochmal Y. Und inzwischen ist dein Konto leer. Blöd. Ich check das mit Y nicht. Mascha, funktioniert es? Mascha, funktioniert es nicht. Da gibt es nichts zu reden. Das ist normal. Hier. Es ist alles. Ich bin nicht fertig. Hau endlich ab. Ich schrei gleich. Wir sind nicht fertig. Das sage ich dir. Okay. Bin ich denn jetzt sicher? Keine Ahnung. Sag du es mir. Habe ich jetzt überhaupt Munition? Ja. Ich habe Munition. Von einem Typen, den ich gerade freue. So, mal gucken, ob ich jetzt einfach abballern kann. Zack. Zack. Hör, wie ein Schuss in den Rücken hältst du aus? Hallo? Was soll denn das? Ich wollte dich eigentlich nur aufhalten. Aber wenn dich ein Schuss im Rücken nicht auffällt, ist das der Nächste, würde ich mal sagen, im Kopf. Die Person entkommt. Da gerade die entkommt. Ich bin hinter der. Außen hat die Person und kann eine Kugel im Rücken. Das sehe ich nicht als entkommen. Hä, wieso habe ich den gerade nicht getroffen? Was ist denn das für eine Pistole, ey? Ich dachte, dieser wegen ist etwas präzise. Ja, ich habe eine Waffe. Das ist richtig. Und ich werde sie auch benutzen. So. Jetzt tut er keinen Fass. Okay, guck mal. Wie toll. Äh, Potenzialen Tatort untersuchen. Wie soll ich das hier machen? Y vielleicht? Wäre eine Idee. Fortschrittsbelohnung. Oh, ich habe direkt Belohnungen bekommen. Kannst du nicht irgendwie die alte Waffe mal wegstecken? Oh, guck mal, hat der Panik. Du bist raus. Hey, wenn du mal ne Karre brauchst, ruf mich an. Ich verledige das für dich. Wer brauchte Autos? Willst du lieber zu nem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz, ähm, ablegen. Ich brauche ihn leben, John. Ja, ja, lebend. Na klar. Er entspricht nicht deinem Naturellen. Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst. Ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich verschließe ich meinen Check. Okay, öffnen Sie Ihr Smartphone, wählen Sie die App Autoabruf an, schalten Sie Fahrzeug frei in der CDV oder Zivilisten, hacken, kaufen Sie Fahrzeuge direkt in der Autoaufabruf-App, während laufender Mission steht dieser Dienst nicht zur Verfügung. Okay. Wie genau, Smartphone. Autoabruf, okay. Ja, ich meine, ich habe ja Auto. Ich kann die ja klauen, um das zu Wort eins abzurufen. Äh, wohin muss ich jetzt genau? Das ist in Ordnung, was mir angezeigt wird, ne? Jetzt gehen wir jetzt nicht so wirklich weiter. Da hinten war noch ein potenzieller Tatort, den habe ich noch gar nicht untersucht. So. Dann untersuche ich den potenziellen Tatort jetzt mal zu Ende. Ich bin hier, glaube ich, einfach nur rausgefahren. Zack. Äh, da war hier, ne? Also aussteigen. Und Y. Y. Cool, ich kann einen Lift bewegen. Geil. Ähm, ist ja richtig genial. Achte, äh, tu die Waffe jetzt wieder weg. Ah, ich habe es, glaube ich, geschafft. Ist das ein Tatort? Hallo? Ich dachte, man hätte hier einen Tatort erkannt. Guck mal, komm ich mir mal an die Kamera an. Hm, hm, aha. Keine Ahnung. Irgendwie check ich es nicht. Irgendwas muss ich hier doch machen können. Kann ich die hacken? Wie, die kann ich nicht hacken? Hm. Ah, Entschuldigung. Na, ihr beiden Süßen. Hey, langsam. Hm, lol. Oh, hier ist ein schöner Wagen. Wo kommt der denn plötzlich her? Besser als meinen Schottkarre? Oder habe ich mir die auch, sie sind gerade eben schon bestellt? So, ich schaue mir die Songs an. Ach so, stoppen. Ja, jetzt habe ich gestoppt. Ich finde, meine Stimme selber viel cooler, also. Ne, wo muss ich jetzt genau hin? Map, kann ich ja mal hingehen? Äh, was war denn hier irgendwie tolles? Oh, ist das hier fett. Ich glaube, ich muss der Kampagne. Okay, da muss ich mich jetzt... Da muss ich mich jetzt rechts halten. Zack. So. Das war mir sehr cool aus. Betonaufsage. Ja, ja, mit dem Wagen stirbt daran einfach nicht. Pass auf, ich teste mal. Ja, kein Schaden am Wagen. Wahrscheinlich. Ich reiß hier alles um, genau. Der Wagen überlebt das. Alter. Ist es ernst vom Wagen, dass er das überlebt? Kein Wagen würde sowas überleben. Ich habe gerade einen Baum umgefahren. Oder? Ne. Das war nicht mein Baum. Ja, aber durch die Hecke geht nicht. Egal, dann fahre ich jetzt eben hier lang. Okay, das will ich hier mal durch, Leute. Ich will hier lang. Und zack. Oh, richtig umgefahren. Oh, das zieht mich runter, wenn ich die töte, oder? Ach, scheiß auf den Ruf, oder? Interessiert mich nicht. Ich habe eine Mission. Ah, was ist das unten rechts? Da ist irgendwas gelbes, was lädt. Eine Prozentzahl. Was bedeutet die? Was hat das zu bedeuten, Leute? Hilfe. Was soll ich jetzt tun? Die Prozentzahl, sie steigt und dann sinkt sie. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Und ich habe auch keine Ahnung, was ich hier tue. Ah, ich kann meinen Wagen also schrotten. Okay. Auch mal interessant. Ihr seht, bei solchen Spielen mache ich gerne Scheiße. Genauso wie bei GTA, da bin ich auch eigentlich immer nur rum und mache irgendeine Kacke. Komm, lad mal zu Ende. Aha, ich bin also hier. Nein, ich tue schon die Waffe weg. Tut mir leid. So, hier lang. Hoch. Ehe. Der große Bruder ist die Mission. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Niki. Bin ich soweit. Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hämmungslos. Jetzt. Fürchte ich die Stille. So. Ich habe ein neues Ziel. Das ist da hinten. Und in diesem neuen Ziel werde ich dann, ähm, mal gucken, wie das mit dem Feuer denn aussieht. Ich renne einfach volle Kanne hinten rein. Okay, ich kann doch nicht mehr rennen. Was hast du heute? Zehn. Nein, du bist noch neun. Nein, zehn. Neun. Zehn. Neun. Zehn. Gut. Wenn das so ist, gibt's zehnmal. Geburtstagskitzeln. Was? Eins. Zwei. Zwei. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Zehn. 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 Warte mal bitte. Okay. Also. Ein ganzes Jahr und... So spät. Ja, es geht der Leid nicht. Wirklich. Komm her. Oh, voll süß. Lass dich mal ansehen. Die Grafie ist aber auch geil, finde ich. Du drückst Heter. Aber... Ah, nett. Vielen Dank auch. Auf jeden Fall gut gemacht. Was ist das denn für eine Figur, mit der er da spielt? Na ja. Hey. Ich komme zu spät. Kriege ich... Kriege ich eine Umarmung? Ja. Bist du... Groß. Freut sich voll, das Kind. Wow, der Heiler. Cool. Hast du ihm was echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch. Ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich... Ich komme sofort nach. Okay. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche's. Diron Jacks. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzumassen. Wetten, die sterben? Stets der große Bruder, hm? So. Dann... Gehe ich jetzt hinterher, wie ich schon gesagt habe, denke ich mal. Nickys Haus betreten. Krasses Ziel. War Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Okay. Wie wir alle. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jacks war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber... Ich war echt böse. Und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Nicky an. Hm. Okay. Ich weiß noch, du und Mami wart furchtbar krank. Aber Dad bespannt drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief. Ich will mit dir reden. Was machst du denn da? Er hat nicht alles richtig gemacht. Aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige. Ich plappere. Ich glaube, ich kenne das Spiel, was er da spielt. Ist das nicht Raymond Jungle One? Sieht so aus. Könnte sein. Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ach, ehrlich? Nein, nein. Ich will sie nicht unterbrechen. So. Bruder, was geht? Wer ist denn da? Kann ich den Kulöschen machen? Glauben Sie, die Nummerunterdrückung schützt Sie? Ich weiß nicht, was daran komisch ist. Aber die Polizei wird sicher nicht darüber lachen. Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind sie? Und was wollen sie? Fühlst du dich sicher, Nicky? Jetzt nicht mehr, denke ich mal. Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und? Hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nicky, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Ich werde es trotzdem zu fetten. Ja, das ist eine gute Idee. Hast du kein Kind, wird es noch reden. Nicht? Jetzt guckst du auf, auf sein Tablet. Okay. Bearscht, Leute, am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Aha. Interessant. Krass, dass ich den so leicht lokalisieren kann. Mist. Er will abhauen. Und ich nehme mir das Auto. Zack. Nein. Also ich hoffe jetzt mal, das ist nicht das Auto von... Okay, okay, jetzt muss ich richtig aufpassen. Es entkommt. Scheiße. Nein, ich sehe es da noch. Ich kann es nur noch ordnen. Ordnen. Auf, überall gegen zu fahren. Nach hin. Nach hin. Nach hin. Ich finde es. Ich bin hinter... Oh, nein. Ein bisschen gescheitert. Naja. Das war jetzt auch richtig gefällt, gerade am Ende. Aber dafür sehe ich jetzt mal, wie das ist, wenn man eine Mission failt. Muss man alles nochmal machen. Dieselben Konversationen. Aber interessant ist es, dass es direkt eigentlich ein Nachbar ist. Aber auch so ist es, dass er das direkt weiß und direkt flieht. Woher soll er das denn wissen? Er will abhauen. So. Aber ist ja auch jetzt egal. Ich bin hinter dir. Oh, ey, komm schon. Oh, ich hasse es, aber wogegen zu fahren. Die Frage ist, wie soll ich ihn killen? Kann ich aus dem Auto rausschießen? Ich weiß es gar nicht. Oder soll ich ihn einfach umfahren? Alter, diese Steuerung. Der Wagen eben war geiler. Der driftet ja nur. Okay, der richtigen Maus ist, kann ich nicht irgendwie zielen. Was fällt er eigentlich auf dieser Straßenseite? Was läuft denn bei dem schief? War aber okay, dann gucke ich mal, dass ich ihn... Oh, fuck. Du verfolgst diesen Spinner, oder? Ähm. Du verfolgst ihn also gerade. Das glaube ich ja nicht. Ich ramme gerade und rede dabei ganz normal. Hör auf den Helden zu spielen, Eden. Lass es einfach. Lass was? Ja, die Verbindung ist. Ich kann dich nicht hören. Du kannst dich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du noch da? Ich höre nichts. Ich muss los. Oh! So. Krass.